so leute willkommen zurück zu ich bin genervt von diesem kack level weil das ungefähr vorhin als ich habe vorhin eine aufnahme gemacht habe ich zwanzig lang an diesem level gehockt und nein das wird diese folge wird nicht kommen weil er so 20 minute dieses level ist ich werde es so machen ich hätte es noch einen anlauf dieses levels machen wenn es nicht schafft dann mache ich es off screen oder keine ahnung oder ich bin mal schnell still weil konzentration ist hier gerade flüht wenn ich sprechen muss also sorry ich bin zwar ein bisschen ruhiger was ein netz player nicht nicht gehört aber scheiß drauf ich will das blöde level nicht auf 100 prozent haben mini spiel ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke auch. Oh yeah. Jetzt kommt noch ein Abfuck-Level. Ich freu mich an Keks drüber. Geil. So, komm, stirb. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn für ein krankes Level? Kann es sein, dass Berlin mich irgendwie langsamer macht? Wow. Ich hab nix geschafft. Also, 800. Krass. Das ist zwar nicht so schwer wie das andere Level, aber genauso nervig. Perlino, du weißt nicht, wann Ende ist, ne? Du bist lang so wie Mara. Und wenn das nicht das letzte Level ist, Perlino, ich sag dir. Ich werde dich nie wieder besuchen kommen. So, komm. So, einsam. Ich sollte nicht ganz unten sein, ne? Weil... Ja, aber ich kann jetzt gar nicht... Ich muss jetzt ein bisschen ganz unten sein, weil sonst werde ich getroffen. Komm, stirb. So. Weil wenn ich dann getroffen werde, verliere ich die Perlen. Die kriege ich dann nicht mehr zurück. Ah, knapp wie in Hilfe. So. Also nicht viel sagen, das ist gut bei der Motivation. Konzentration, Motivation, genau. Bei der Ko... Ich sag schon, ich sag was und dann kommt das. Nein. Alter, das war knapp. So, komm. Oh je. Oh je, 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 oh je. Oh. Ey. Das ist Müll. Wow. Was hab ich getroffen? Geh weg, so. Komm. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich weiß es, ich schaffe es. Komm, 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 komm. Yesa. Ging noch viel einfacher. Perline. Perline, bitte, bitte, danke. Wow. Geldgeilheit mal anders. Ja, Spaß gemacht, mir nicht. Wir bekommen Galaxie, ne. Planet, ja. So, wie viele Level hast du gehabt, Perlinchen? Ja, 20. Wow. Immer noch weniger als Mara bisher hatte. So, wir haben sechs Minuten rum und zwei Minispiele geschafft. Auf zu Hucke Paula, die er uns auch noch ausknocken wird. Ernsthaft, ich frage eins. Warum muss es gegen Ende nochmal so immens viele Minispiele geben, ne? Türme des Sturms. Das war ein verdammt Kack-Level. Also, Minispiele. Das Level war ziemlich lustig. Spaßig und lustig, aber... Mit Hucke Paula wird das nervig. So. Ah, so. Oh. Ich verstehe schon, was hier das Problemmatik sein wird. Der Wind. Wie immer. Nein, nein. Oh, Mann. Wieso? Was zum verdammten Teufel? Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt mit Perline. Laune wieder im Keller dank Perline. Geil. Und Konzentration und Skill ist weg. Jawohl. Kann man in diesem Spiel das Skill haben? Ich glaube ja nicht. Wenn du mich triffst, du kleiner Waddle, dann mache ich nicht alle. Dö, 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 dö. So, ich warte jetzt extra sogar. Oh, nicht ablegen. Komm. So. Dann wird es mal gegen mich. Apropos Wind. Wir haben ja auch gerade ziemlichen Wind gerade. Hier in der Schweiz. Ja. Muss man ja schon sagen, das ist schon ein bisschen kacke. Weil. Äh. Mann. Das kostet mich wert vor der Zeit, die ich nicht habe. Oh, geschafft. Nur gut, das war kein Fünf-Sterne-Level, ne? Yeah, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Yeah, 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 yeah. Ernsthaft. Können wir das magische Garn ist mit der Abschand aus der Schwersten. Nicht wahr. Äh. Was? Hucke Paula. Ich liebe dich. Oh. Hucke Paula. Du bist die Beste. Weißt du, dass du bist? Oh. Du bist Liebe. Moment, das muss ich, das muss ich noch mal kontrollieren. Ist Hucke Paula wirklich so sozial? Ja. Also, momentan Liegingsbewohner Hucke Paula. Zwölf Level, alle hatten Spaß gemacht. Und gut, einmal ab und zu mal ein Fail, aber das war ja klar. Wow, Hucke Paula, momentaner Favorit. Mal schauen, wie sich die zwei da oben schlagen. Bitsch, Peter, Mara. Aber Mara, wenn du siehst, dass ich noch 100 Level hat. Und Bitsch, Peter, der wäre einfach nur arme Wolleins für Dreschen, aber momentan habe ich gerade keine Gnade. Wispies, Wispies Wald. War das mit dem Roboter? Wenn ja, cool. Wenn nein, oh. So, was bekommen wir? Wir bekommen ein Level ohne Roboter. Ja, was? Ach. Okay. Das war scheiße. Das weiß ich noch. Ich darf nur keinen Fehler machen, sonst ist es verkackt. So, ich glaube, das ist jetzt schon ein Fehler, weil ich jetzt kein... Doch, ich habe noch einen. So. Das war... Ja, das war ein Fehler. Eventuell ist das Spiel gerade so sozial und hat ein paar mehr Gegner auf Lager. Ähm, ja, das war auch noch Fail. Super. Und... Nein, das Spiel ist nicht sozial. Ich will hier weiter? Ne. Okay. Ja, naja. Ich sage nur Hucke Paula. Äh, Hucke Paula, ne. Hucke Paula nicht. Ich sage nur... Ich darf schon Mara sagen. Perline! So, das ist es. Die war nervig. Und wie. Übertrieben. So, jetzt bin ich da unten. Na, Kirby. Nein, Kirby! Oh, gut, dass ich nicht getroffen wurde, weil wenn ich getroffen werde, das zieht mir von der Zeit ab. Das ist blöd. Oh. Die Zeit. Zeit im Nacken. Und weg mit dir! Oh! Yeah! Ich bin der Beste! Oh, ja! So ein Körbyspieler ist eigentlich für Kinder gemacht. Das war ab drei Jahren. Nein, wir können... Nein, wir haben unsere Trennung. Das probieren wir noch. Oh, Bize, Peter. Du kleiner. 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 Du, kleine. 6. 6. 6. 6. Und wir bekommen Kleeblatt, ne? Wald. Wald. Wo ist ein Wald? Ich sehe vor lauter Kleinen Wald nicht. Oh, Stenkelklopper. Das war ein 4-Stelle. Okay, Turm. Oh, nein! Türme des Sturms! Also gut, das war Huckepaula, war es eigentlich einfach. Aber bei Bize, Peter... Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Das Problem ist hier, du musst fliegen. Flie, flie, flie. Ja, verkackt, ne? Oh, ja, verkackt, ne? Oh, oh, ja, verkackt, ne? Aber letztlich war es noch 5-Sterne-Level auf Lager. Hm, was können die 5-Sterne-Level sein? Hm. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Hey, das bin ich gefunden, Kirby. Boom, sauer, mein Kopf, aber. Wir bekommen... Bunt gepunktet, ja. Ja. Einfach zu erraten. Also jeder von euch, der das nicht erraten hat, der ist... Ja, der denkt zu weit. Wolkenpaula. Oh, verdammt. Und erst noch ein 4-Sterne-Level. Oh, je, Mann. Oh, je. Oh, je. Oh, Lululululululululul. Verwandlung. Moment, was gibt es hier für den Verwandlung? B-77? 70 Gegner? Oh, nein. Ich weiß wieder, welches Level es war, dass es so lange gedauert hat. Entweder es war Halbert oder das Level hier. Das ist kein 4-Sterne-Level. Und das sieht doch verdammt human aus. Und das war's damit. hallo kreko mini kreko mini kreko und das wieser bitte dass man darf nicht getroffen werden denn wenn man getroffen wird ist man na ja mal harsch weil ich glaube ich drei oder fünf sekunden habe das ist extrem toll ich so konnte ich die bombe nicht aktivieren oder ob es das level das mal bitte bitte scheiße war ja ich glaube das war es ne also scheiße sorry das wort aber echt so oh ja das war das level oder das war das war das level einmal getroffen kann sich gleich wieder einpacken so wow jetzt schon die uhr tickt leute wollt ihr mich verarschen das level ist ein vier sterne level als ob als ob ich werde schon crazy auch du scheiße ich glaube das letzte bitte peter oh mein gott peter übertreibst man nicht mit deinem level ja oh je das wird ein spaß das ist gar nicht garantieren leute da an diesem level werde ich sicherlich noch tage dran setzen weil so auch das level das ich nie geschafft habe ja neustart man darf nicht getroffen werden sonst scheiße ladevorgang ladevorgang es dauert immer so ewig das hätten die leute von gut für wirklich ein bisschen besser machen können da bis zum spiel war herr laboratory gar nicht so groß beteiligt als herr laboratory ist ja der erfinder also die erfinder firma von kirby ich wollte mir einfach gesagt dass kirby gelb wird da gab es ein konflikt mit weiß gelb und dann gab es am ende rosa naja wobei wow kirby gab es denn nicht ziemlich lustig also ziemlich cool auch aber ein lieblingskopf sie noch der grüne braun hat nur so nicht so lange aufhalten hier alles werkfall anders geht so schnell so wickel so hier warten kreikos und rüber kreikos und rüber ganz viele gegner wow ich bin gerade ein bisschen ruhig ich weiß oh oh nein verdammt verdammt komm nein 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 was weibel weil wir die gegner noch berührt hat das war der 70. gegner warum spiel eh warum das spiel ist für kinder das spiel ist für kleine kinder als ob die dieses level schaffen mich bringt das level zum weinen leute was soll das aber es ist hoffentlich sein letztes level wenn nicht dann möge gott ihn schützen ja wum 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 so ausweichencom so mamma 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 ramassa QL klar naja nicht so viel erreicht aber egal kurzer So, ja, boom, 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 boom. Ich muss nicht mehr warten, das ist blöd. Wow, Hilfe, Hilfe. Für die Gegner. Too much enemies here. Komm, schnell durch. Schnell. Oh, jawohl. Ich bin der König. Kniet nieder. Ähm, wer jetzt wirklich hingekniet ist, der kann wieder aufstehen. What? No level. Oh, warum? Bitte, Peter, hast du kein Herz? Oh, cool, wir bekommen. Kriegen garan. Der hat einen Boss verkloppt, den ich schon verkloppt habe. Naja, eigentlich ja nicht, hust, hust. Äh, seltsam, aber... Ah, UFO-Level, oder? Das war ein UFO-Level. Oh, je. Was will er bitte better noch von mir? War das jetzt vier oder fünf Sterne? Ach, egal. Moment, das war doch erste Welt, oder? Ähm. Drei... Heißt, ich habe zwei Sekunden für einen Gegner. Toll. So, ja. Toll. Ja. Sehr schön. Das wird nichts mehr, Leute. Pfff. Ich sehe schon, was die Problematik in diesem Level sein wird. Aber, ja. Nö. Also, ich möchte etwas anmerken, Leute. Dieses Level wird mich an den Grundbein des Wahnsinns bringen. Und noch viel weiter. Also, ich habe weniger als zwei Sekunden pro Gegner bei mir vier Sekunden hier abgezogen werden. So, jetzt mit dich einsaugen. So, dann dich dich um. Und einfach mal hier. Wie... 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 Ach, genau. Das stimmt ja. Das habe ich ja auch noch. Bei drei Gegnern, oder? War das... So. So, wenn ich den Bart dich... Ach komm, scheiß drauf. Buss. Das macht Buh, Mann. Oh, nein. Wie... Die Kanone habe ich gar nicht gesehen. Oh. Wie ist denn die Steuerung gerade? Ich kann kaum steuern. Oh, ja. Ja. Darf ich auch mal durch hier? Danke. Ich brauche einen Gegner. Ich brauche einen Gegner. Oh. Warte, das ist knapp hier. Oh, diese Bounce-Dinger. Die nerven. Komm her. So, letztes Level. F. Ju. Kleiner. F. Ju. Oh, Mann. Bitte, Peter. Du weißt nicht, wann Ende ist, oder? Wir bekommen... Keine Ahnung. Fangora. Jetzt verkloppt doch schon die Bosse. Moment. Kommen wir jetzt noch mit jedes Level nochmal online. Russelvilla. Ja. Leute, das machen wir im nächsten Part bei... Köp und das magische Garn. Dann bin ich vielleicht wieder gut drauf. Nein, ich glaub's ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss. 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 Vielen Dank.